hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch zeigen zum einen wie wir den google chrome browser sozusagen manuell updaten und zum anderen wie wir das automatische update deaktivieren oder ausschalten was eigentlich nicht so zu empfehlen ist wer das trotzdem warum auch immer machen möchte der kann das natürlich tun und zwar gibt es da einen ziemlich einfachen trick sozusagen und den will ich euch schnell zeigen also erst mal zum updaten hier da klicken wir einfach hier auf das menü hilfe über google chrome zack und schon geht die besucher los falls es ein update gibt der wird auch ja direkt installiert da brauchen wir wie gesagt nicht viel machen im prinzip brauchen wir vielleicht nicht mal das hier tun die updates werden irgendwann so oder so im hintergrund automatisch gezogen wenn wir das automatisches updaten aber unbedingt abstellen wollen dann gehen wir einfach hier also wir starten unser windows explorer hier ich mache das mal ein bisschen größer vielleicht und hier unter c programme 86 bzw ich mache das mal so jetzt hier google beziehungsweise ja der pfad hier muss gegebenenfalls angepasst werden ja wo er das installiert habt in meinem fall ist es hier aber standardwissenschaft programm files 86 hier google und hier haben wir den ordner update ja zack und hier gibt es diese exe datei google update das können wir ganz einfach umbenennen hier ich mache jetzt einfach mal das geh weg da vorne ja der name hier ist spielt keine rolle hauptsache es wird geändert hier und schon werden die updates jetzt wenn ich den chrome browser hier starte und versuche wieder nach updates zu suchen dann wir sehen hier der sucht und sucht das dauert schon ein bisschen länger ja der versucht es eine weile hier ich hoffe die schalt zu lange und ja nach einer weile kommt hier die meldung hoffentlich bald genau hier gibt es noch mal ein link genau fehler bei suchen dann haben wir jetzt überprüfen konnte nicht gestartet werden fehler code drei ja schon können wir den google browser nicht mehr updaten wieder manuell noch wird das automatisch abgedatet hier gibt es noch mal hilfe ja da gibt es noch ein paar fehlermeldungen wahrscheinlich wer da vielleicht um die andere probleme hat sehe ich gerade genau wenn wir jetzt aber ja updaten wollen dann müssen wir die datei hier wieder umbenennen ja in den mit dem ursprünglichen namen hier google update exe und schon funktioniert wieder aber nun sind die updates erst mal abgestellt ja genau das war es auch schon alles ich hoffe ich konnte den einem oder anderen weiterhelfen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach einen kommentar hinterlassen über ein like freue ich mich natürlich auch wenn es euch gefallen hat abonnieren nicht vergessen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal